hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel darkness prime chaos vom englisch jetzt egal wir spielen natürlich nicht die englische variante wir spielen die deutsche variante auch wenn er englisch steht 187 ist mein charakter auf server da ist auch schon 2 90 sind wir schon erst wie auch immer gut dann schauen wir jetzt mal nach was wir hier machen können einfordern hier ist was und hier ist ok kalender Okay, die gehen nicht. Was passiert, wenn ich den nochmal drauf drücke, ich habe den ja schon voll. Ah, geht der da oben weiter. Gut, gut, gut. Taxi entfordern. Die habe ich schon alle. Naja. Münze, wo ist er jetzt? Da. Ich habe fünf. Und? Nein. Hier ist es auch. Hier ist es. Jetzt komm runter. Jawoll. Ich habe die Kiste. Endlich. Das war meine letzte Münze auch gewesen. Hat gepasst. Sofort dort. Sieg. Sofort dort. Sieg. Sieg. Oh, jetzt kommt normaler Kampf. Alter. Okay. Ganz aber jetzt an der Tasche angekommen. Was haben wir hier alles schönes? Kombiniere. 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 Da nicht. Da. Kombiniere. Jetzt sind wir mal am Held angekommen. 急 rein. Alles schönes clase. Ja. Ja. Kannst du? Dann sind wir mal am Held weg. Noch nicht mal am. Ich bin einig. Ich habe einen Ansput. Na Clean. Aufhiert. Wirklich. Wirklich. Ein Magier, ein weißer Ritter, muss ich berufen im Weißen Ritter als... Schicksal, nehmen wir den hier, den Donnerritter, den Verweiver von Oman, egal. Und, kein Level, nichts, gar nichts. Na gut, dann ist man jetzt an der Schmiede angekommen. Dann verstärken wir mal automatisch, fertig, schleifen, lass die Hose mal wieder. Nehmen wir guter. Nehmen wir guter. Okay, das war's. I pray for the moon, I pray for the moonlit world. I pray for the moonlit world. Allianz. Was geht bei mir in Allianz? Einer von 30. Totem. Na komm, Bosskampf. Übrigens, gestern hab ich das Spiel noch weiter gespielt. Ich wollte die Tagesquests machen. Und ich hab da drei Quests gemacht. Und danach kamen alles Quests, die ich schon gemacht hatte. Ganz witzig. Also war innerhalb von fünf oder zehn Minuten fertig. Mit die Tagesquests von gestern. Nein. Und dann geht. Das war's. Ganz witzig. Ja. Das war's. Ich hatte die Frage. Und dann kommen sie wieder. Das ist die Frage. Du kannst. Ich war's für diese Frage. oh meine unterstützung ist da jetzt bin ich auch da gut 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 allianz gemacht ich gehe jetzt auf die tägliche quest schon die erste fertig und der zweite fertig und kaufe energie kuriosity killed the cat ein item kaufen so das konnte ich jetzt nicht mehr weiterspielen weil ich habe keine ausdauer mehr sonst die schlacht hier auch noch fertig gemacht so so Böser Wolf und wo ist Rotkäppchen? Dann mal schauen ob ich das schaffe in 1 Minute und 20 Sekunden. Wenn nicht dann ist glaube ich ein Stern weniger war das, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber doch das schaffe ich. Zwei Lehm noch. Für einen Lehm brauche ich wieviel? 10 Sekunden? 15 Sekunden? 10. 10 Sekunden? 14 Sekunden? Jetzt waren es 15 Sekunden das letzte Leben. Meine Unterstützung war ja auch gestorben. Jetzt wäre ich schon in Gebiet Nummer 5. Noch 4 mal schnell durchspielen kann ich. Noch 3 mal, also genau diese 3 Runde. Fertig. Tierkreis. Tierkreis, jawohl. Geht noch weiter. Und der letzte. Nein, das ist der letzte. Ne, das war der letzte. Keine Sterne mehr gehabt. Ein Fordern. Energie einfordern. Das geht um 12.18 Uhr bis 18.24 Uhr. Also überspringen. Ab. Das geht um 100.23 Uhr. Das geht um 1000 Uhr. Hey. Das geht um 100 Uhr. Diego, das kann sein. Dasايbe shin. Sag ich mir das zu遊. kombinieren und fertig Was haben wir hier noch, plündern, einfordern, kombinieren immer noch immer noch ach je immer noch keine Ausdauer mehr gut ja gegen wen soll ich kämpfen, sagt er Bossversteck Bossversteck einmal abschließen ok Bossversteck 90er schaffe ich den noch nicht gestartet vom 14 bis 21 Uhr alle ok das heißt ich kaufe mir wieder den Dingens frei ich habe auch nur noch eigene Marke da habe ich auch Glück gehabt ja das war es schon wieder für heute kürzlich 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 Ja, das sieht auch nicht. Nice! Nice, nice, nice! Wow, Warrior, so nice to meet you! Huh? Die Luftar? Truly, it was gone, that promise together. So... Wie weit komme ich hier noch? Lolita... Das war das kleine Mädchen. So... Dann laufen wir noch schnell hier diese... Ein paar... Bla bla bla... Quiste ab. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, das war's jetzt für heute. Das brauchen wir ja nicht zu machen. Nicht wirklich. Oder können wir hier nochmal kurz... Erfolg! Zack! Und das geht ja ganz schnell jetzt, weil ich... Das meiste habe ich auch schon gemacht. Ja, auch 9,30. Schmied nochmal automatisch verstärken. Und... Jetzt haben wir hier die Mütze, die wir polieren sollen. Ist ja mal was ganz Neues. Oh! So... Noch 10 mal... Polieren. Fertig. Das war's mit polieren. Boss... Geht hier auch ganz schnell. 3 Minuten. Geht nicht mehr. Okay. Spende. Jetzt. Jetzt war's das mal. Wirklich. Okay. Noch einmal. Ach je. Jetzt war's das. Ja. Was ist das? Der Magier. Ja. Gut. Das war's jetzt. Wirklich. Spiel verlassen. Und ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!